Ich sehe das in größter Gelassenheit. Ich denke, die Kollegen haben da mehrfach und immer wieder Grenzen überschritten. Bis zu einem Punkt, wo ich sagen muss, ja, ich nehme das zur Kenntnis, dass man das dort so macht, aber dann bitte ich auch zur Kenntnis zu nehmen, dass das für mich kein Medium ist, über das ich mit den Österreichern und Österreicherinnen kommunizieren möchte. Ich sehe das ganz gelassen, dass jeder seines Glückes schmied. Wird es in einem Wahlkampf helfen? Gewiss nicht, das ist mir bewusst, das wird Nachteile haben für uns, die werden das weitermachen und werden diese Kampagnen vielleicht jetzt noch wütender führen, das mag schon alles sein, aber auf der anderen Seite, irgendwo gibt es Grenzen und das ist jetzt gar keine emotionale Geschichte, aber ich möchte nicht meinen Söhnen jeden Wochenende erklären, dass das ein Blödsinn ist, was sie da in der Zeitung lesen. Ist okay, aber ich bitte meine Entscheidung zu respektieren, genauso wie ich sage, die können schreiben, was sie wollen, solange sie sich im rechtlich korrekten Rahmen bewegen.